Der Hunger. Aber nur langsam. Huch! Mann! Okay. Da und da. Plopp! Jetzt aber schnell raus, bevor ich noch irgendwas sehe, was ich abbauen könnte. Okay, ich könnte jetzt hier alles abbauen. Das ist ja in Minecraft. Aber das will ich gar nicht. Ich will jetzt hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. So. Und jetzt ist es wahrscheinlich dunkel. Tiefste Nacht. Verdammt. Warum muss ich da recht haben? Ich könnte natürlich probieren. Verdammt. Das ist jetzt doof. Okay, dann bleiben wir doch noch ein bisschen hier unten. Und was machen wir jetzt hier unten? Hm. Gute Frage. Okay. Was mache ich hier unten jetzt noch? Moment. Da ging es theoretisch weiter. Mal schauen. Ich konnte einfach mal ein bisschen weiter. Hier käme ich zu Kupfer. Das ich natürlich jetzt abbauen könnte. Und auch mache. So. Kupfer. Kupfer hier. Kupfer da. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Plopp. Dann haben wir hier ein Licht, damit es nicht so dunkel ist. Und das ist eine Sattgasse. Okay. Dann ging es hier weiter. Das Eisen. Da ging es weiter. Hallo? Hallo? Kurz Probeleuchten. Okay. Gut. Dann kann ich mir mal das Eisen raushauen. So, hier. Oh, und Zinn auch noch. Eisen und Zinn. Ich frage mich eigentlich, wie das hier gesetzt wird. Also das Eisen und das Kupfer. Ob das randomly irgendwie Stein ersetzt wird oder so. Oder ob der, obwohl Erz wird, glaube ich nicht ersetzt. Das müsste man ja vom Anderen weniger finden. Und jetzt möchte ich das hier loswerden. So. Mach mal mir einfach dicht. Obwohl Eisen könnte ich mal wieder. Nom 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 nom. Ach, was mache ich eigentlich? Ich habe doch hier genug Holz gesammelt. Dann mache ich mir halt kurz ein Ding. und ein Schwert dazu. Plopp, der nehme ich mit. Huah! Huah, ein Creeper! Oh, Schießbudenfigur. Ding, ding. Komm schon. Ding! Oh. Noch mehr Creeper. Hallo? Ja, Creeper. Habe ich da nicht nochmal ein Ge- Also wenn ich nicht wüsste, dass es kein Creeper-Spawner gäbe. Dann hätte ich gesagt, hier müsste einer sein. Interessanter Raum. Der Raum ist wirklich interessant. Wie sowas wohl entsteht? Hm. Ach. Tulul-Dul-Dul. Ein neuer Raum. Huah! Nein, ich wollte da noch nicht runterfallen. Da sind wir für Uran. So. Und hier geht es wieder hoch. Hier ist Kupfer. Zinn. Viel Wasser. Jetzt noch tiefer. Gerade kein Monster, aber es hat nichts zu heißen. Eine Kiste. In den tiefsten Höhlen finden wir eine Kiste. Und das ist drin. Melonsamen. Yay. Und ich habe keinen Platz mehr. So ein Mist. Und läppisches Lazuli. So. Melonsamen. Die nehme ich mit. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich nehme ich mit. Weil die Kiste nehme ich auch mit. Und ich glaube ich gehe jetzt wieder heim. Und hätte vielleicht das Wasser vorher ausstellen sollen. Ah, die Kohle. 43. Ach, was soll's. Nimm mit, was reinpasst. Und das, was nicht mehr reinpasst, das hat halt dann Pech gehabt. So. 53. Doch, das reicht noch. Dann noch ein bisschen hier ruhen. Passt du überhaupt rein? Nein. Ah, okay. Nur 28 dabei. Das sollte reinpassen. Habe ich Uran? Doch, könnte das auch noch reinpassen. Und muss jetzt hier irgendwie dagegen anschwimmen. Muss das jetzt irgendwie auskriegen. So geht's auch, ja. So. Licht. Äh, Licht. Eher Wasser weg. Licht habe ich ja schon. So, jetzt habe ich endlich, endlich ist gut. Wie lange spiele ich jetzt schon? Eine Stunde, eineinhalb glaube ich. Müsste es jetzt sein. Ich habe mich genau darauf geachtet. Und schon Melonsamen gefunden. Oh, da wäre Kronk neidisch. Oh, da wäre Kronk neidisch. Direkt mal Melonsamen gefunden. So. Nicht mal extra. Hallo? Achso. So. Dann hier mal Zinn. Plopp. Plopp. Diamanten wäre jetzt noch das absolute Highlight gewesen, aber so weit runter gehe ich jetzt nicht mehr. So, dann hurra, damit ich in der Nacht schön leuchte. Und ich glaube, ich verziehe mich jetzt dann bald. Oder so. Obwohl, ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt da so ein Creeper runterkommt. Hier ist nichts. Der auch nicht. Ohohoho. Und Gold. Oh. Da war ein Skelett. Gold. Achtung, man muss einfach so. Oh, die Kiste nehme ich doch mit. Verdammt, ich gehe jetzt. Nein, ich gehe jetzt. Kann mich alles mal. Ich bin jetzt stur. Ich. Ich nehme doch den Kupfer mit. Ich nehme das Kupfer mit. Da. Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Also Kupfer gibt es ja schon fast so viel wie Dingens. Kohle, oder? Ich habe doch schon fast so viel. Ich habe sogar mehr Kupfer als Kohle. Aber ich habe ja auch vorhin auch Dingens. Na, wie heißt es? Föckeln machen müssen. Unglaublich viel Kupfer. Oh nein. Nein. Nein, eins zu viel abgebaut. Okay, jetzt gehe ich aber. Jetzt habe ich meinen ganzen Stack. Kupfer. Weißen habe ich noch Platz. Kohle theoretisch auch. Aber nur theoretisch. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe noch sechs haben Platz. Noch zwei. Du und du. Genau. Und Eisen habe ich noch viel Platz. Okay, das war es ja auch schon. Jetzt gehe ich aber. Jetzt muss ich eigentlich nur zurückfinden. Ach genau, hier war der Creeper. Und da müsste ich kommen. Halt, nein, nicht drin. Genau, hier ist nämlich der Dungeon. Hallo, Zombie-Spawner. Kein Zombie da. Sehr schön. Doch, da lang. Hier sind die Spinnen. Genau, dann ist es da lang. So, und es ist hoffentlich Tag. Oh, das ist inzwischen schon wieder Nacht. Was jetzt echt deprimierend wäre. Sei Tag. Ja, es ist Tag. Hallo? Hallo? So. Geht doch. Dann muss ich jetzt hier hoch. Hallo? So. Ich will. Oh, ich habe über einen Stack Mossy-Koppels. Ich denke mal doch. Ich hatte doch vorhin schon 44 oder sowas um den Dreh. Gott, wie alles wächst. Also von den Wines hier. Ah, mein Rubber-Tree-Wald. Keine Ahnung. Mixed und gedeiht. Nicht ganz. Die wollen hier irgendwie nicht. Da braucht ihr einfach mehr Platz. Hm, dann wird es eventuell liegen. Mein Feld ist fast komplett gewachsen in der Zeit. Sehr schön. So, jetzt erstmal aussortieren. Zinn, Eisen, übern Stack, Kupfer, Heißen. Heilige. Dann würde ich sagen, kommt hier das Mossy hin. Graviel. Sag ich auch schon Graviel, verdammt. Das dahin. Moment, dann kommt hier der hier. Der da hoch. Der dahin. So, 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 halt. Tück, tück. Dumm. So. Nazuli. Jetzt war ich mal da runter. Die stehen ebenfalls. Die Melonen-Samen. Die könnte ich eigentlich gleich einpflanzen. Wenn ich so ein Extrafeld, oder? Drei habe ich gerade. Machen wir es direkt da. Nein, machen wir es nicht direkt da dran. Machen wir hier ein Ding. Dann so. Machen wir es hier eins, zwei. Großartig. Drei. Dann machen wir hier die Melonen-Samen hin. Dann brauche ich jetzt wieder Zäune. So, machen wir es hier so. Machen wir es hier so dicht. Das erste. So. Weg damit. Machen wir es hier so dicht. Ah, verdammt. Dazu. Da Licht. So, und. Hier kommt es weg. Dann brauche ich dann hier, ähm, na, wie heißt es? Ein Sound-Tour. Halt. Das dahin. Und ein Sound-Tour. Bitteschön. Ding, ding. Wund. Höh. Okay. Hab ich da? Okay, schaut auch bescheuert aus. Drehen. Schon besser. Mensch, das hier auch. Das hier auch. Wie viel habe ich jetzt? Acht. Eins, zwei, drei. Ich brauche noch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ding, 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 ding. Wunderbar. So, warte, warte, müsste mir's, äh, Melonen-Samen wachsen. Okay. Dann kann ich das eigentlich mit Kupfer jetzt mal ausprobieren. Oh, was ist denn? Ähm. Moment, ich nehm Kupfer und hau jetzt einfach mal. Ich hab ne Idee. Okay, ich hau sieben anstatt acht rein. Mal schauen, wie viel davon durchgeht. Obwohl, haben wir nur sechs. Ne, ich nehm nur sechs und schauen wir mal, wie viel durchgeht. So, jetzt bin ich ein bisschen, äh, holzlos, beziehungsweise mein Holz geht mir zu Neige, dann gehen wir noch ein bisschen hacken. So, hier. Oh, ein Messerator wäre es jetzt. Oh, ein Messerator wäre es jetzt.